Ja moin zusammen, super, dass ihr auf Donnerstag wieder dabei seid, Itakura muss operiert werden, schlägt jetzt die Stunde von Fabio Chiarodia, ist ein Wörbertransfer überhaupt möglich und muss Gladbach im Winter nachlegen und die Heidenheim-Woche steht an, viele, viele Themen, das gilt es heute zu besprechen und das Derby sitzt immer noch tief, der Frust ist immer noch tief, trotzdem versuche ich es heute mit Optimismus und was euch auch zu Optimismus bringen sollte, dass heute schon kleiner Freitag ist und das Wochenende steht kurz bevor und da kann man wie immer ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben für Buschis Borussia da lassen, ja und das Derby ist jetzt vorbei, trotzdem muss ich schon sagen, das liegt mir immer noch sehr, sehr schwer in den Knochen und es fällt mir schwer, wirklich Optimismus zu verbreiten, weil ja, entweder bin ich selber schuld, weil ich unsere Mannschaft überbewerte, aber wir kriegen einfach keine Konstanz in dieses Team, zu viele Spiele, ob es ein Player ist, ob es ein Neuhaus ist, ob es ein Netz ist, die keine Konstanz in ihre Leistungen reinbekommen und das sieht man dann immer wieder auf dem Platz, ich weiß nicht woran das liegt, vielleicht überschätze ich auch einfach unser Team und deswegen bin ich immer so gebrochen, aber wir versuchen es heute optimistisch, ist natürlich jetzt eine schlechte Überleitung, wenn man dann mit der News kommt, dass Itakura verletzt ist und eine OP benötigt und einige Wochen ausfällt, das sind die, ja das sind die News von Borussia Mönchengladbach offiziell, er wird einige Wochen ausfallen, wird am Freitag wohl operiert und ja, ist eine bittere Nachricht für uns, dass Itakura jetzt auch noch ausfällt, ja da wünschen wir ihm natürlich nur das Beste, aber eine Verletzung birgt auch immer eine Chance für andere Spieler, um es mal so auszudrücken, ob Itakura diese Saison nochmal, also diese Saison mit Sicherheit, aber dieses Jahr nochmal zurückkommt, ist fraglich. Weil das Jahr ist nur noch kurz und vielleicht schlägt jetzt die Stunde von unserem 2 Millionen Euro Einkauf Fabio Kiarodia, ja wir haben ihn vor der Saison für 2 Millionen Euro von Werder Bremen geholt, hat sich mit Sicherheit deutlich mehr vorgestellt, mehr Einsätze, ist ja so gut wie noch gar nicht zum Einsatz gekommen bei unserer Borussia oder ist in der ersten Mannschaft noch nicht zum Einsatz gekommen. Linksfuß, großes Talent und ja, er ist 18, er ist ein erwachsener Mann und irgendwann muss er dann den Durchbruch schaffen und ich hoffe, er schafft ihn vielleicht durch den Itakura-Ausfall jetzt, dass er zu Einsätzen kommt in der Innenverteidigung, ob er jetzt, wenn wir in einer Dreierkette spielen, ist die Chance wahrscheinlich höher, obwohl ich glaube, dass wir am Wochenende umstellen werden, dazu kommen wir aber gleich noch. Ja, und für wen auch eine Möglichkeit jetzt besteht, ich glaube aber eher, dass das, ja, durch die Verletzung, mit der Verletzung von Itakura weniger zu tun hat, aber eher durch die, ja, durch wachsenden Leistungen von Luca Netz. Jetzt sehe ich auch eine Chance für Lukas Ullrich, weil ich glaube, dass Wörber in der Innenverteidigung bleiben wird und man versucht mit Elwedi da eine stabile IV oder Innenverteidigung zu bilden und ja, ich sehe Lukas Ullrich jetzt am Zug. Er ist aus meiner Sicht körperlicher im Zweikampf als Luca Netz und das brauchen wir und ob er bei mir in der Startelf steht, am Wochenende, sehen wir gleich. Wir waren schon gerade kurz bei ihm, es wurde auch nochmal bei Fußball News berichtet, Borussia muss tief in die Tasche greifen, um Wörber zu verpflichten, da ist natürlich erstmal die erste Frage, will Wörber überhaupt? Das sieht aktuell so aus, aber wenn wir weiter so spielen in der Saison, kann so eine Lust auch schnell vergehen bei so einer wechselhaften Borussia, auf der einen Seite Samba-Borussia, auf der anderen Seite bodenlos Borussia wie im Derby. Ja, es sind 10 bis 12 Millionen im Raum, die Frage ist auch, will Leeds den abgeben, wenn sie aussteigen? Das sieht aktuell sehr, sehr gut aus unter Daniel Farke, das muss man schon sagen und ja, das bleibt offen. Gladbach sucht auch noch einen neuen Hauptsponsor, glaube ich, für die neue Saison. Das sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen und wenn dies so weitergeht, ist auch die Frage, musst du im Winter nachlegen? Brauchst du noch einen Kreativspieler mit Tempo auf der 10? Brauchst du eventuell noch einen Außenverteidiger? Und ja, dass Borussia nicht endlose Mittel hat, ist klar. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr sagt, ja, wir müssen auf jeden Fall im Winter nachlegen und wenn ja, auf welcher Position? Das würde mich mal interessieren, ob ein Wörbertransfer überhaupt möglich ist am Ende der Saison. Da setze ich aber noch ein dickes Fragezeichen hin, weil es aktuell eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Und jetzt kommen wir zu unserem Gegner Heidenheim, Doppelgegner, jetzt am Samstag und dann am Dienstag im Pokal. Ja, und mit Heidenheim kommt eine Mannschaft in den Borussia-Park, die auswärts punkten kann. Die haben auch in Dortmund schon einen Punkt geholt. Wer glaubt, das wird wieder Samba-Borussia. Ich glaube, wir werden auf eine Mannschaft treffen, die sehr, sehr widerstandsfähig ist, die gute individuelle Spiele hat, die mit Frank Schmidt einen absoluten Top-Trainer hat, der die Mannschaft einstellt. Heidenheim weiß vom ersten Tag an, dass es gegen Abstieg geht, obwohl ich glaube, dass sie damit gar nichts zu tun haben werden, weil es einfach, ja, eine gute Mannschaft ist mit Kleindienst, aus meiner Sicht einen guten Stürmer vorne drin, auch wenn er noch nicht viel getroffen hat, Pieringer mit Besten, überragenden linken Fuß, der schon richtig geile Tore gemacht hat, mit Teuerkauf und Meloni, ein absolutes Kämpfer mit einem Feld. Und ja, da können wir uns auf einiges einstellen. Die werden mit Sicherheit keine Punkte abschenken. Und wenn wir den Kampf nicht annehmen, wenn wir es wieder versäumen, durchzuverteidigen, wenn wir keinen Druck auf den Ball bekommen, dann wird es ein extrem, extrem schwieriges Spiel. Das sage ich euch jetzt schon mal von vornherein. Und ja, wie treten wir auf? Ich habe mich sehr, sehr schwer getan bei meiner Ausstellung dieses Mal. Nikolas im Tor ist klar. Ich finde, dass Joe Skelly sich einen Startelf-Einsatz wieder verdient hat. Wir gehen auf Viererkette, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde auch die rechte Seite komplett machen. Joe Skelly war gegen Mainz, ja, mit Hauptbeteiligter, dass wir da noch einen Punkt geholt haben. Und ich fand, im Derby, wo er reinkam, war es einer der ganz, ganz kleinen Lichtblicke in unserer Mannschaft. Und dadurch wird Honorar natürlich eine offensivere Position spielen. Und ich glaube, das brauchen wir unbedingt, weil, ja, Honorar auf der Schiene einfach auch viele defensive Aufgaben hat. Und vielleicht ihm dann vorne so ein bisschen die letzte Durchschlagskraft fehlt. Und deswegen gehe ich mit den beiden auf der rechten Seite in der Viererkette. Elvedi wird gesetzt sein, Friedrich wird rausrotieren bei mir, so leid es mir tot. Auch wenn er nicht der Schlechteste im Derby war, aber in der Viererkette sind für mich innen. Auch wenn ich überlegt habe, Wöber nach links auf die Außenverteidigerposition zu setzen und Kiarodia in die Innenverteidigung, glaube ich, sollte man schon gerade in der Innenverteidigung auf Erfahrung setzen. Und versuchen da durch den Itakurausfall, ja, Elvedi und Wöber sich einspielen zu lassen. Ich glaube, das könnte gut funktionieren. Und wie schon angedeutet, sehe ich Lukas Ulrich Chance gekommen. Guido Streisbier kennt ihn aus der U19. Er ist für mich ein körperlicherer Spieler. Auch ein Linksfuß. Und ich hoffe, dass er es machen kann am Wochenende. Ich traue es ihm definitiv zu, da einen guten Part zu spielen. Wie gesagt, ich habe lange mit der Idee gespielt, auch Kiarodia in die IV zu setzen und Wöber auf links. Aber ich finde, das könnte gut harmonieren. Ulrich und Wöber sind absolute Kämpfer und ich traue denen das zu. Und jetzt wird es auch ganz, ganz schwer. Ich gehe mit Weigel. Und jetzt Achtung, Chris Kramer auf der Doppelsex. Manu Kuné wird ausfallen. Aber ich glaube, wir brauchen unbedingt Stabilität. Und wenn Chris Kramer für eins steht, dann Stabilität, Zweikampfstärke. Wir brauchen unbedingt Druck auf den Ball. Es ist ja nicht so, dass hätten wir die Gegentore gefangen, weil unsere Innenverteidigung so schlecht ist, sondern weil wir in der Mannschaft einfach komplett nicht effektiv verteidigen, keinen Druck auf den Ball bekommen. Und dass dann die Abwehr so das letzte Glied ist, wo es dann durchgeht. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir stabiler stehen, mehr Druck auf den Ball bekommen. Und dann glaube ich, dass das mit Kramer schon ein Stabilisator ist. Der wird definitiv den offensiveren Part spielen. Kennt sich ja auch nach Daniel Farke auch auf der 10 aus. Und für mich ist Rocco Reitz dann auf der 10. Ich habe lange überlegt, auch eventuell eine Doppelsex mit Weigel und Reitz zu spielen und dann Robin Hack auf die 10 zu stellen, was er definitiv kann. Es war eine schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, so haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr laufstarkes und kämpferisches Mittelfeld. Und wir müssen gegen Heidenheim dagegenhalten. Und deswegen habe ich mich für die drei in der Zentralen entschieden. In Gumu über links. Sehr, sehr natürlich mit Ulrich und In Gumu eine komplett neue linke Seite. Bürgt Risiken, aber aus meiner Sicht auch Chancen. In Gumu hat es durch seine Testspieleinsätze dann auch verdient. Gute Vorbereitungen gemacht. Ist eigentlich auch gegen Augsburg gut in die Saison gekommen. Und vorne drin, ich habe überlegt, Schwanzgera war jetzt erkältet oder ist noch erkältet. Konnte nur eingeschränkt trainieren. Und ich glaube, es könnte ein Spiel für Jordan sein. Er ist fit, hat die ganze Woche trainiert und kann dann die Flanken von In Gumu und Honorar verwerten. Ich bin mal gespannt auf eure Einschätzungen zur Ausstellung. Wie ihr das seht, ob ihr Kramer rausnehmen würdet, Hack reintun würdet. Aber ich finde, es muss sich was ändern. Auch die Fünferkette hat mir nicht so gut gefallen, weil du vorne kaum Durchschlagskraft entwickeln konntest. Und ich hoffe einfach, dass mit In Gumu und Honorar über die Außen einfach wieder mehr Druck entfacht werden kann. Und wir haben dann natürlich noch Optionen mit Plea, Hack, Neuhaus auf der Bank. Patrick Herrmann würde auf der Bank sitzen. Luca Netz, hast du noch sehr, sehr viele Optionen. Vielleicht auch ein Ranos. Ich bin mal gespannt auf eure Einschätzungen zur Aufstellung. Und ich glaube immer an unsere Borussia und ich hoffe einfach, dass wir wieder Samba Borussia sehen und das Ding 3-1 gewinnen können. Aber ein Selbstläufer wird das definitiv nicht. Und sollte das schief gehen gegen Heidenheim und den Pokal auch, dann wird der Baum brennen. Da bin ich mir absolut sicher. Aber so weit sind wir noch nicht. Und ich glaube immer noch an die Mannschaft. Aber es muss jetzt einfach mal Konstanz irgendwie rein. Ob es jetzt mit anderem Personal ist, ob du wirklich da auch mal ein Zeichen setzen musst und Leute länger auf die Bank setzt. Weil es geht so nicht. So wirst du eine schwierige Saison haben. Wenn wir das Ding gewinnen sollten, könnte Platz 10 drin sein. Was natürlich nach unserem Start schon sehr, sehr gut wäre. Obwohl man sagen muss, ich glaube, die Top 9, also die ersten 9, da wird sich auch kaum noch was ändern. Ich sehe unter den Platz 10 bis 18 jetzt keine Mannschaft, die da zwingend noch reinstoßen könnte und eine Serie starten kann. Deswegen glaube ich, werden wir uns in dem Gefilde auch am Ende der Saison hoffentlich aufhalten können und nicht in einen Abwärtsstrudel gelangen. Das wäre mein Tipp. Und ich habe auch noch einen Tipp für euch. Ganz klar, natürlich mit der Discord, mit Bildern aus dem Stadion. Das ist, glaube ich, der größte Gladbach-Discord. 2.450 Leute bald mitten im Borussen-Chat. Hier wird sich wild ausgetauscht. Auch zu Spieltagen, zur Pressekonferenz, Fahrgemeinschaften. Allem drum und dran. Und damit wir natürlich mit einer guten Stimmung ins Wochenende gehen, würde ich sagen, machen wir noch ein Päckchen auf und ziehen hoffentlich einen Gladbach-Spieler und den Gewinner. Beziehungsweise den Matchwinner vom Spieltag. Hoffentlich haben wir einen dabei. Das ist ein RB-Kicker. Das ist einer von Augsburg. Gio Reiner von Dortmund. Meinzer. Lienhardt. Benjamin Pavard ist gar nicht mehr da. Einer von Holstein Kiel. Kreuter Fürth. Das Logo will ich nicht zeigen. Marco Reus, ein Ex-Gladbacher. Und David Kovnatsky. Heute leider kein Gladbach-Spieler dabei. Vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Das Katschek voller Leidenschaft für den besten Verein der Welt. Wo ich schieße Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Alle Gleichkeiten über den besten Verein der Welt. Wo.